Musik Du brauchst dieses Quäntschen Glück in beiden Spielen. Das hatten wir nicht. Das ist ganz schnell erklärt. Ich glaube, wir haben heute wieder gesehen, wenn wir das erste Spiel auch mit Elfmann gemacht hätten, dass wir die bessere Mannschaft sind. Aber du brauchst dieses Quäntschen Glück. Es ist jetzt nicht so, dass 60 das nicht auch verdient hätte. Da muss man ehrlich sein. Aber in dem Moment brauchst du dieses Spielglück. Und das hatten wir in beiden Spielen nicht. Aber wie geht es jetzt weiter? Das ist mit Sicherheit jetzt der falsche Zeitpunkt. Um überhaupt nicht persönlich zu reden. Mir tut es einfach leid, wenn ihr in die Gesichter der Mannschaft guckt. Es tut einfach nur weh. Ich hätte es gerne den Fans geschenkt heute. Ja. Ja.